Tagchen ihr Lieben, herzlich willkommen. Machen wir den, ja. Oder herzlich willkommen für die ganz normalen. Ich hoffe, ihr gestehtet hier durch. Die Stimme ist morgens immer ein bisschen, ja, guten Abend, gute Nacht, herzlichen schönen Tag gewünscht. Ihr da draußen ihr Lieben, ich nehme die für dein Gegenüber. Verliert den Verstand bitte nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen. Dann, die letzten Privatlegungen für dieses Jahr, die ihr buchen könnt, sind in der Infobox unterhalb von diesem Video fixiert. Da gibt es ein Informationsvideo. Wie gesagt, nur noch die letzten im Dezember, im September, ich wollte schon wieder rückwärts. Im Dezember gibt es keine mehr. Und da könnt ihr raufklicken. Es gibt drei Modelle, die ihr noch buchen könnt für dieses Jahr. Dann könnt ihr euch bei mir melden, per E-Mail. Und alles andere machen wir jetzt für euch, für dich, die Verbindung. Habe ich gesagt, das ist deine Karte hier? Oder für dein Gegenüber? Oh shit, ich habe es vergessen beim Quatschen. Muss ich nochmal kurz wirken lassen. Mal gucken. Ihr wollt raus, ihr wollt weg, Gedanken, Sachen nochmal Revue passieren lassen, reflektieren, Familie, Freundschaft, Liebe betreffend. Ihr müsst euch das dann so ein bisschen ummünzen, wenn es nicht passt. Wenn ich sehr viel von Liebe quatsche, bei 80% für Liebe einschalten, dann münzt euch das eben so um. Die ist auch umgedreht. Ich habe es immer noch nicht draußen. Wer ist denn jetzt wer? Ich glaube, ich habe die für euch genommen am Anfang. Mir war so, als ob ich das gesagt hätte. Dann bleibt es jetzt auch so. Wenn nicht, dann ist es jetzt gerade mein Impuls. Mal gucken, ob noch eine Karte rausspringt für dein Gegenüber. Ja. Und dann gucken wir mal nach. Die legen wir schon mal hier hin. Wir fragen die Kärtchen. Aktuelle Situation. Was würde man dir hier raten? Entscheide jetzt. Das sind immer so die Hardcore-Prozesse. Mach was. Steh dazu. Gibt es einen Stopp. Gibt es einen Go. Aber bleib nicht irgendwo in der Mitte. Dieses Vielleicht ist einfach gefährlich. So. Wir legen mal auf. Dein Gegenüber sagt, ich habe dich verletzt. Oder beziehungsweise ich wurde durch dich verletzt. So rum. Und wir haben hier auch wieder ein Kindheitstrauma. Man fühlte sich durch irgendetwas, wo du vielleicht gar nicht weißt, was hast du getan? Was hast du gemacht? Man hat hier ein Kindheitstrauma aus der Kindheit logischerweise. Und sagt, du hast diesenjenigen mit irgendwelchen Sätzen oder mit Handlungen verletzt. Kann auch manchmal wirklich die simple, schöne Liebe sein. Sobald Gefühl kommt, tut das weh. Weil man es ja nicht anders kennt. Ja. Weil Gefühle als Kind wahrscheinlich massiv verletzt wurden. Du sagst, oder das ist auch dein Wunsch mit einer Vereinbarung, damit du wahrscheinlich rauskommst, ohne Hass, ohne Selbstverletzung. Mach einfach, was für dein Herz am besten ist. Tu das, was für dein Herz sich am besten anfühlt. Du gehst hier nicht mal mit einer Art Groll. Vielleicht gibt es Sachen, die dich verletzt haben. Aber du sagst heute durch die Karten, wenn es passt und dich toucht, mach einfach das, was für dein Herz am besten ist. Das hast du dir wahrscheinlich in der Verbindung schon immer gewünscht. Dass hier jemand nicht nur redet, nicht nur handelt. Im Endeffekt kommt nichts raus oder nichts bei rum. Mach einfach, du wünschst dir für dein Gegenüber, mach einfach in deinem Leben endlich mal, was für dein Herz am besten ist. Und es klingt schon sehr verabschiedend, dass du für dich erkannt hast, Du handelst durchs Herz, das wird sich auch nicht ändern. Das wird bei dir auch bleiben. Aber du wünschst es einfach jemandem auch, ja, dass man endlich mal durchs Herz gucken kann und nicht nur mit dem Kopf anvisiert. Wo man dann vielleicht auch so dumme Sprüche ablässt. Du bist schuld. Meistens kommen dann immer so Sätze, das hast du bisher als Einzige, als Einziger gemacht. Sowas hatte man noch nie erlebt oder wie auch immer. Genau dann sagt man so eine Sätze, weil man es schon erlebt hat. Sonst wüsste man ja nicht, wie sich das anfühlt. Ja, sonst würde man nicht so drauf anspringen. Also auch da lasst euch da nicht unbedingt die Birne zu seiern, zu qualmen. Es ist einfach ein Kindheitstrauma. Wir gucken mal wieder die Antworten aus diesem Buch der Liebe. Ich mache mal Stopp. Rede erst, küsse später. Das nehme ich immer ganz gerne. Entweder verstehst du jetzt oder wir lassen alle emotionalen Sachen sein. Wahrscheinlich gab es hier bei manchen auch körperliche Kontakte, ohne dass etwas gelöst wurde. Körperliche Kontakte entstanden weiterhin, ohne dass jemals geklärt wurde. Wo geht es für euch weiterhin, ja? Oder es hat jemand probiert, ständig körperlich bei dir ranzukrauchen. und damit die Nähe und die Liebe zu holen. Aber der Rest, der wurde irgendwie vergessen, ja? Absichtlich vergessen. Entschuldigt. Wir haben hier Hab Mut. Passt ja auch mit diesem Entscheide jetzt. Habe Mut. Wir haben hier die 42 in Sachen Liebe. Wäre die Quersumme 6 vom Tarot dann eben die Liebenden. Alpha. Centauri? Nee, Centauri. Kennt, nee, kenn nicht. Mut. Habe Mut. Das lassen wir mal so stehen. Entscheide jetzt, habe Mut. Wahrscheinlich fehlte dir sehr lange der Mut. Und wir gucken mal rein. Was habe ich gesagt? 42 ergibt 6 oder was eine 24? Ich sehe das immer nicht so. Wartet, wir sind gleich da. Würde ich gerne selbst mal wissen, wofür man hier steht in der Karte. Um mutig zu sein, musst du die Angst spüren. Du kannst es schaffen. Hab Zuversicht und sei selbstbewusst. Denke daran. Nur wer etwas ungewöhnlich aussieht oder seltsam ist, heißt das nicht, dass du dich davor fürchten sollst. Die Veränderung kommt. Fürchte dich nicht. Stürze dich ins Abenteuer. Hier ist immer so ein Kraftsatz bei Worte der Kraft. Ich bin mutig. Die Verbindung zum Mut ist einfach. Okay. Eure Aufgabe. Seid mutig. Für einige wird es passen. Zieht es durch. Weil ändert sich ja eh anscheinend nichts mehr. Wenn hier jemand nicht klar kommunizieren kann oder irgendwie offensiv darum bittet, mit dir zu sprechen, eine Lösung zu finden und es bleibt alles beim Alten und man stellt sich immer so als jämmerlichen, ich wollte gerade sagen jämmerlichen Lappen vor, ja, aber es bringt ja nichts mehr. Du kannst ja nicht zaubern. Wenn sich hier jemand wirklich verletzt fühlt von dir und das aufgrund von Kindheitstraumata. Was willst du machen? Du kannst dich die Zeit zurückdrehen und sagen, ich nehme dir den ganzen Schmerz aus der Kindheit. Nee, den bekommst, solange wie derjenige dafür nicht sorgt, in Heilung zu gehen, immer wieder du selbst ab, ja. Egal was du machst, du machst alles falsch. Merkt euch das. Egal was du machst, du machst alles falsch. In diesem Moment, wo jemand wirklich nicht in Heilung geht oder irgendwas gemacht hat, wird man dir jedes Mal die Schmerzen zufügen, um auch so eine Art Speicher in dir zu sehen, ja. Man sucht einen Speicher, man sucht einen Speicher, damit du die Schmerzen abnimmst, die du angeblich bei deinem Gegenüber in Aktivierung holst, ja, oder aktivierst sozusagen. Dabei weißt du gar nicht, was du tust, was du machst, du willst ja nur lieben. Du warst bestimmt immer wieder sehr lieb und sehr nett. Aber das hat weh getan, ja. So, jetzt nehmen wir mal die ganzen Karten weg. Dann fangen wir mal mit der eigentlichen Legung an. Wie gesagt, unterstützend sind das Utensilien, damit wir hier ein Thema kriegen. Wir starten mal bei dir. Was hast du denn gemacht? Wo war die Stelle, die immer wieder dazu geführt hat, dass es wahrscheinlich in die Hose ging? Du hast zu viel gemacht von Anfang an. Ich bin da, ich mache für dich alles. Bitteschön, ja. Ist ja an sich nicht schlecht, aber wenn du jemanden hast, der in seinem Leben seine Verletzungen nicht aufgearbeitet hat, ist es falsch, ja. Weil man a, das vielleicht nicht gewohnt ist, weil man b, darin auch wieder so eine Stärke sieht. Hä, warum machst du das? Warum hilfst du mir? Denkst du, ich schaffe das nicht alleine? Oder es ist wieder wahrscheinlich dieser Trugschuss von mütterlicherseits kommt dir irgendwas sehr stark rüber oder väterlicherseits, je nachdem, wo da der Knack liegt aus der Vergangenheit. Und für dich ist es eine Selbstverständlichkeit, sehr viel zu geben, wenn du mit jemandem verbunden bist, ja. Ob nun aus Liebe oder aus Fürsorge, spielt ja gar keine Rolle. Alleine du hast mit diesem Geben schon den ersten Fehler gemacht. Für dich ist Geben, wenn du in einer Verbindung steckst, das Ganze, ja. Du siehst darin Harmonie, weil ansonsten ist ja auch ganz normal, würdest du wahrscheinlich denken, wozu soll ich eine Beziehung führen? Warum liebe ich die Menschen? Du liebst diese Menschen und möchtest für die Menschen auch da sein. Und deswegen ergibt das für dich auch dieses runde Ganze, diese Harmonie, ja. und weil du zu viel hast, ja. Du bist total gesund in die Beziehung gestolpert oder auch hast die Beziehung ganz normal für dich angenommen, weil man sieht hier sehr schön, du hast Liebe dafür übrig, ja. Für dich ist das Liebe. Solange du dich selbst wohlfühlst in der Aktion, dass du gibst und machst und auch einen Gefallen tun möchtest und für Hilfe zur Seite stehen möchtest, ist das für dich ein Zeichen der Liebe, ja. Dir ist bewusst, wenn es dir gut geht, durch diese Verbindung, hilfst du natürlich gerne. Wenn es dem anderen hilft, hilfst du natürlich auch gerne. Es ist alles wie so ein Prozess von, du hilfst einfach und machst sehr viel hoch, weil du liebst, weil das für dich die Harmonie darstellt. Und das war wahrscheinlich in dieser heutigen Legung, wir brauchen ja irgendein Thema, der Fehler von Anfang an, ja. Wir haben Page der Münzen. Dein Gegenüber war es hier nicht gewohnt, das zu bekommen, ja. Nicht mal in kleineren Schritten. Du hast hier wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, etwas reingebracht, was dein Gegenüber noch nicht kannte. Vielleicht auch total erfreut war und gesagt hat, Mensch, jetzt nehmen wir mal die ganzen Hände statt nur einen Finger. Es ist neu, ja. Es ist neu, dass man dich im Leben hatte als Person, die wirklich als Letztes an sich selbst denkt. Weil irgendwann war ja mal alles okay, ja. Da konntest du machen, da hat man wahrscheinlich auch zugelassen, dass du gibst und machst und tust und du bist in der unveränderten Energie geblieben. Hier hat man sich gewundert so, oh, das ist aber was Neues für mich, ja. Fühlt sich wahrscheinlich auch sehr schön an und dafür liebe ich dich. Dafür hat man, oder mit dieser Eigenschaft hat man angefangen, dich zu lieben. Durch dein Geben. Ist ja auch interessant, ne. Bei manchen, die schlagen es ja sofort ab. Aber diese warme, herzliche Seite von dir, dieses Geben, machen, tun, umsetzen, handeln, dass du nicht nur Worte gegeben hast, hat bei deinem Gegenüber dafür gesorgt, es ist eine schöne Eigenschaft, die du hier mit reinbringst. Kenn ich nicht, ist neu. Und dafür hat man dich als Königin der Kältche geliebt, ja. Was haben wir noch? Also es muss eine Zeit gegeben haben, wo es gerne angenommen wurde, ja. Da hast du noch nicht gemerkt, dass es irgendwie zu viel wäre. Man hat es gebraucht. Oder auch genossen, sagen wir es mal so. Weil wie gesagt, das Neue fand man an dir faszinierend, ja. Man hat hinblickend gesehen, das, was du gibst, hatte man in seinem Leben wahrscheinlich nie bis selten. Und daraufhin hat man sich auch entschieden, dass man dich liebt, ja. Weil man gemerkt hat, du machst das nicht einfach nur so, sondern der Ritter der Kältche übermittelt mit seinen Handlungen. Das heißt, du hast diesen Menschen auch nicht mal nur eingekauft oder erkauft, das machen ja auch ganz viele. Aber heute in der Legung hast du es wirklich verbunden mit, du bist ein Typ Mensch, der zeigt durchs Handeln, dass du diesen Menschen magst. Fertig aus, Micky Maus. Ist ja auch schön, ist ja auch normal. Sollte normal sein. Bis jetzt sieht es wirklich sehr gesund aus, ja, diese Beziehung. Hat anscheinend wirklich, oder hat gestartet, ist gestartet, sehr gesund gestartet. So, da fällt dann aber jetzt für die nächste Etappe irgendwann das Lügenspiel, ja. Irgendwann gab es hier eine Zeit, wo du wahrscheinlich gemerkt hast, hm, jetzt wird es komisch. Vielleicht hast du gegeben, wo du gesagt hast, jetzt könnte dein Gegenüber doch eigentlich auch mal geben oder dein Gegenüber hätte es vielleicht jetzt gerade nicht mehr nötig. Warum kommen hier Lügen hoch, ja? Warum wird dir irgendwas verheimlicht? Warum kam dir ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwas anders und komisch vor? Wir haben hier, hast du noch nicht so genau hingenommen, weil dieser Charme deines Gegenübers hat sich immer wieder dagegenstellen können, dass du hier nicht sehr lange drin geblieben bist, ja. Dir kamen Sachen komisch vor, aber mit Königin der Stäbe, ist es so eine Energie, die diese Person hatte, in sehr weiblicher Form. Sehr charmant, ja. Sehr charmant zuvorkommt. Könnte da mit einspielen. Ähm, gekonnt, eine weiche Seite ausspielen. Oder auch so Sätze wie eventuell, Mensch, das war doch nicht so gemeint, aber trotzdem wurde nichts gelöst. Man hat sich ruhig gestellt als Königin der Stäbe. Ja. Wir haben hier eine Trennung durch die Blockaden. Hier fing wahrscheinlich der Schmerz an. in eurer Bindung. Hier hat irgendwas mit der Skorpion-Energie dazu beigetragen, dass es wirklich zum Ende hin extrem wurde, ja. Man vielleicht auch ständig hier einen Neuanfang drin hatte, während der ganzen Phase immer wieder wiederholend. Es könnte wirklich sein, dass es immer wieder anfing zwischen euch, ihr euch beide nicht lösen konntet und immer wieder von vorne fing das Spiel an. Du hast da noch mehr reingebuttert, damit dieser Mensch bleibt. Und dich schon fast hält, ja. Wahrscheinlich wurden dir da schon die Augen ein bisschen zugedonnert oder zugemacht, weil eigentlich brauchte dein Gegenüber, wenn man immer wieder mit dir anfängt, so eine On-Off-Prozesse, auch dich irgendwo, ja. Man konnte sich selbst hier nicht richtig abnabeln, denn wir sehen hier, so ohne dich ging es auch nicht, ja. Ohne dich ging es eben auch nicht. Da ist die Blockade. Man hat wahrscheinlich selbst angefangen, warum rastet man überhaupt aus, ja. Warum hat man hier so Anfälle dir gegenüber? Das könnte schon sein, dass man hier bei diesen Endsprüchen oder wenn man gesagt hat, wir lassen es jetzt sein oder jetzt ist das letzte Mal, dass man gemerkt hat, warum kommt man hier nicht so richtig raus? Warum sagt man das? Warum will man das Ende auch nicht so richtig akzeptieren? Obwohl man hier wieder anfängt, sich in Lügen zu verwickeln, verstricken. Warum sagt man dir nicht die volle Wahrheit? Und man merkt, hier liegen die Blockaden aufgrund dieses nicht wirklich wegkommens von dir, ja. Man hat ja diese Endansage auch nicht verstanden und durchziehen können. Ich sehe noch nichts, was hier umgekippt ist. Was haben wir hier? Ja, da sind die Liebenden, so wie wir gestartet sind, mit diesem Habe Mut. Hier ist die Quersumme 6 drin. Wir hätten eine Zwillingsenergie, nur falls es für euch wichtig ist, ja. Muss nicht. Ist überhaupt nicht nötig. Aber es könnte sein, dass man wirklich in diesem Prozess gemerkt hat, Moment mal, das lichtet, böllert hier immer so drauf. Moment mal, ich habe hier Blockaden und das tut weh. Ich kann dich auch nicht einfach verlassen, ja. Es ist Liebe. Dein Gegenüber hat geliebt oder wenn sogar möglich, ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich, liebt man sogar hier noch, weil es kommt auch gleich Rates Schicksals. Und man wird so in die Linie gedrückt, was jetzt Zeit versetzt, ob jetzt oder ob es schon war oder noch kommt, könnte es von Bedeutung sein, ja. Weil hier wird man reingeschmissen in den Weg, wieder zu erkennen, das war Liebe von dir. Was habe ich hier getan? Dieser Mensch hat dich ja für deine Taten, für dein Handeln geliebt. Ich glaube auch gelobt, ja. Kam, glaube ich, auch nicht zu knapp. Trotzdem weiß man ja, warum kam es dann hier immer wieder zu diesen Zuständen oder Aussetzern, wirklich Aussetzer, weil man blockiert ist. Und jetzt fängt es an, dass man sich damit beschäftigt, vielleicht war es ja doch mehr, als man sich eingestehen wollte. Vielleicht kommt man ja wirklich nicht von dir weg und fängt an, was ist mit mir hier los, ja. Hier findet eine Aufarbeitung statt. Karma, jeglicher Hinsicht, jeglicher Hinricht, äh, oh mein Gott, jeglicher Hinrichtung. Bitte nicht. Ich will so eine Wörter nicht sagen, Hilfe. Ähm, oh Gott, ich komme gar nicht klar. jeglicher Karma-Richtung, negativ, wachwerdend, positiv für, für dich, weil manchmal merkst du das sogar und positiv für dein Gegenüber, dass man mal wach wird und sagt, Mensch, hätte ich dich mal schätzen sollen, ja. Hier sorgt man für die Mäßigung. Die bleibt bestimmt an meiner Lippe jetzt leckheben. Meine Lieblingskarte, die Mäßigkeit, hier haben wir eine Schütze Energie astrologisch gesehen. Ja, man macht sich Gedanken. Man macht sich Gedanken generell um einen Wechsel. Hier kommt irgendwas rein, ich muss in Veränderung gehen. Vielleicht hat es wirklich mit dem Herzen endlich zu tun. Vielleicht hat man verstanden, das kann auch schon ein bisschen länger zurückliegen, was du diesen Menschen vermitteln wolltest, aufgrund der letzten Trennung eventuell, die vielleicht sehr hardcore war, ja. Vielleicht wird man hier wirklich wach und merkt, nee, so geht das Leben von mir selbst wirklich nicht weiter. Ich werde Sachen verändern. Hier ist man im Aufbruch, ja. Ein Ritter der Münzen ist ja handlungsfähig, braucht ein bisschen Pausen, plant vielleicht auch erstmal, bevor man loslegt. Aber man hat hier gewisse Pläne im Kopf, dass das alte Leben so nicht mehr funktioniert. Man könnte hier einen Job wechseln, man könnte hier auch irgendwo ausziehen, umziehen, eine Veränderung machen. Man sucht hier nach diesem Veränderungsmodell, ja. Man will sich verändern. Man wird quasi fast in diese Richtung geschoben, dass man sich bewegt, ja. Weil wenn du dich nicht von alleine bewegst, muss jetzt radikal hier eine Bewegung rein, ob du willst oder nicht. Das wird so passieren bei deinem Gegenüber. Und deswegen muss man jetzt hier gucken, wie kriegt man hier die Mäßigung wieder rein, ja. Dass man auch hier wieder sehr stark mit dir und in seinem Leben übertrieben hat. durch Süchte oder durch seine Art des Handelns ein übertriebener Mensch, der nicht wusste, wann ist Schluss, ja. Der das Maß nicht kannte, der maßlos übertrieben hat, maßlos untertrieben hat, sehr fies war, ja. Maßlos Ausdrücke durch die Gegend geworfen hat, in seinen Handlungen nie die Mäßigung gefunden hat, ja. Und jetzt sorgt hier sozusagen bei deinem Gegenüber irgendwas, wo man sich findet. Wir haben hier Ass der Stäbe. Es geht in Entwicklung, ja. Hier wird etwas gemacht, ja. Hier wird aus Kummer, aus Liebe, Schmerz, aus Erinnerung, aus Sehnsucht etwas verändert und gemacht. Hier gibt es eine Chance, reinzukommen. Oder hier gibt es nochmal die Chance für dein Gegenüber, das Herz. So sind wir ja auch wieder eingestiegen, zum zweiten Mal. Etwas aufzuholen. Wobei aufholen passt auch irgendwie nicht, was? Etwas aufzuholen, vielleicht auch im Kopf, die Zeit nochmal rückwärts zu drehen und eure Beziehung aufzuarbeiten, vorzuspulen, zurückzuspulen. Wo waren die Themen der Blockaden? Damit man hier irgendwie einen Lösungsansatz findet durch das Rat des Schicksals. Auf jeden Fall ist der Liebeskummer, die Sehnsucht nach dem großen Ganzen, nach eurer Beziehung oder nach den Werten, die man hier nie wiederbekommen hat, durch andere, ganz, ganz groß. Und die Voraussetzung ist einfach, man fühlt hier extrem stark mit Ass der Stäbe. Also es kann kein schönes Gefühl sein. Ass der Stäbe ist so, ich bereue, was habe ich verloren? Jetzt fühlt man nur noch. Man hat nicht mal einen Stolz mehr aufzuweisen. Man ist auch nicht mehr kreativ, 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 das Ass der Herzen, dass drei der Schwerter kamen in Verbindung mit diesem jetzt geht hier was los, jetzt wird es eröffnet, das Herz wird nochmal aufgeknackt durch die kompletten Blockaden. Was nicht funktioniert hat, kann ich euch sagen, wenn es so passend sein sollte, man hat es schwer, aus Verbindung generell rauszukommen oder aus seinem alten Leben. Vielleicht war das auch der Punkt, man kommt nicht von seinem Trauma weg, irgendwo hängt man hier noch drin, weil wir haben 8er Kältchen. Man schafft es einfach nicht. Da könnt ihr auch drinstecken, man schafft es einfach nicht, diese Sachen ohne Aufarbeitung, ist doch ganz klar, wegzulassen, nicht aufzuarbeiten. Man schafft es einfach nicht, das wegzudenken, wie man es vielleicht mal dachte. Hat vielleicht geklappt eine ganze Zeit, aber jetzt merkt man, jetzt knacken wir dein Herz. Jetzt geht es an diese Substanz von Gefühl. Wir kommen hier mit 6er Kältchen wieder in der Kindheit an oder in der Leichtigkeit generell, weil man seine Werte nicht kennt. Man fühlt sich selbst wertlos. Das ist die Ansage, warum man mit dir wahrscheinlich sehr stark bösartig umgegangen ist. Man erkennt hier seine Werte nicht mehr. Was habe ich eigentlich für Werte? Hier ist man total unzufrieden. Wo hat man die Werte verloren und warum trifft man immer die falschen Entscheidungen im Leben? Man macht hier ein Könnte man so sagen, Midlife Crisis, ja, in dieser Verbindung. Man bereut die Entscheidung. Warum habe ich falsch entschieden gegen unsere Verbindung? Beziehungsweise, das wäre ein bisschen zu einfach zu sagen und zu fragen, warum habe ich es so lange übertrieben oder ausgereizt, dass die Entscheidung irgendwann die falsche war in unserer oder eurer Verbindung, ja. Warum habe ich mich nicht entscheiden können? Warum war es hier ständig wieder ein On-Off mit zwei der Münzen? Warum war das so lange ein Hin und Her? Und ich sage euch ganz ehrlich mit einem Satz, man könnte sich hier ohrfeigen für die Sätze und Worte, die man gesprochen hat. Weil hier kommt auch wieder dieses Unreife raus, ja. Man ist ein bisschen duselig oder komplett duselig gewesen in Sachen Kommunikation. Man hängt jetzt mit der Kommunikation, die hättest du oder wolltest du schon längst lösen, aber mit der wollte man partout nicht umgehen, ja. Die wollte man nicht loswerden und jetzt sitzt man hier und hat damit selbst zu tun. Das heißt, der Gesprächspartner, du bist gerade nicht anwesend, du kannst hier niemandem Antworten geben oder auch dafür sorgen, dass diese Qual irgendwie einfach nur noch von dir abgenommen wird, wie du es immer mit Ast der Münzen probiert hast. Sondern jetzt muss dein Gegenüber hier erkennen, mit was man hier eigentlich rumsitzt, ja. mit mentalen, schweren Sachen macht sich Vorwürfe und man sieht auch die eigenen Fehlerstellen, ja. Wichtig ist zu erkennen, dein Gegenüber lenkt sich ab mit seinem Charme, ja, oder mit dem Gefühl generell, Körperlichkeit ist wahrscheinlich der Ausdruck für dein Gegenüber, dass etwas geregelt ist. Es könnte hier eine Person sein, die als Ritter der Stäbe immer denkt, wenn wir körperlichen Kontakt austauschen, wenn wir eine Nähe haben, lass uns nicht über Probleme sprechen, ja. So. Wir haben uns beide, ja. Oder lass uns das nur machen, was beiden gut gefällt oder gut tut oder wie auch immer. Nee, der Satz damals in euren Beziehungen war, lass uns einfach das machen, was deinem Gegenüber tut gut. Gut tut, ja. Hier ist so wieder dieser Schambolzen drin, dem ihr wahrscheinlich nicht widerstehen konntet oder ihr. Man hat es probiert oder gedacht im Leben, man könnte Probleme unter den Tisch fallen lassen beziehungsweise kann sie lösen, indem man körperliche Kontakte austauscht. Negativer wie positiver Art, hier könnten auch wirklich sehr viele Aggressionen drinstecken, ja, dass man denkt so, man macht Sachen kaputt, Box gegen Wände, natürlich auch Gewalt, ja, dass man denkt. Und jetzt wären die ganzen Sachen, die einem wehgetan haben, draußen. Man kompensiert falsch die Wut in Körperlichkeit jeglicher Art, wie ihr das gerade leider mitmachen musstet, ja. Ich sage mit Absicht leider, weil alles ist scheiße. Also, wenn du nur gebraucht wirst für sexuelle Kontakte, wenn du natürlich dann noch gewaltvoll hier behandelt wurdest, dann ist das alles der Puffer von deinem Gegenüber, das Bedürfnis, es rauszukriegen, ja, mit einer Art Wucht, mit Adrenalinschüben hoch 10, mit einer Aggressionsgrenze, mit Aggressionsleveln. Und, ja, ihr wisst ja, den Narren sehe ich immer ganz gerne als der Ego entscheidend freudig. Und ich kann nur sagen, wenn dieser Mensch gegangen ist oder du diesen abgelehnt hast hier, dann war es für dich das Beste, was du machen konntest, ja. Weil dieser Mensch ist nicht auf dem Wege zu erkennen, will ich mich überhaupt fest platzieren oder bleibe ich faul einfach irgendwo nur sitzen, weil ich das Leben anders nicht kenne. Du erwartest aber ein ganz anderes Leben von deinem Gegenüber oder von einer Verbindung, Beziehung oder Moral oder wie auch immer Glaubenssätze, ja. Dein Gegenüber schaukelt hier in verschiedenen Richtungen weiterhin rum, wird trotzdem mit der mentalen Arbeit sehr stark zu tun haben und wird wahrscheinlich nicht mal viel Freude bekommen an seinen neuen Lebenswegen, die man hier gemacht hat, ja, weil irgendwann ist auch jeder neue Weg ausgelutscht, ja. Das gibt dann irgendwann nichts mehr. Ihr schreibt sehr oft, ja, der guckt sich nach Jüngeren um. Ja, irgendwann ist auch da Schluss, ja. Das ist vielleicht zwei-, dreimal ganz witzig, wobei ich dann auch schon Ekel kriege, wie sich 70-Jährige, 30-Jährige angucken. Da denke ich mir so, hä? Ja, wo die Liebe hinfällt, meinetwegen macht alle, aber das finde ich schon ein bisschen hardcore, ja. Da, 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 ich muss es ja nicht verstehen, aber auch da sehe ich irgendwie, was ist das für Liebe? Daddy, Daddy Love? Oder, also von beiden Seiten, ja, muss ja da irgendwie, oder, äh, nee, ich will gar nicht weiterreden. Es ist sehr komisch, ja. Irgendwann sind neue Sachen, die man immer wieder ausprobiert hat, oder Süchte. Es ist irgendwann wirklich ein Verfall deines Gegenübers. Und das merkt man hier. Was willst du da noch halten, ja? Man hat hier wahrscheinlich mit den neuen Wegen sehr stark übertrieben, dass man überhaupt nichts mehr Haltbares an der Hand hat oder nichts mehr vorweisen kann. An der Endstation ist man jetzt hier und man hat nichts mehr vorzuweisen, ja, was vielleicht damals noch ganz gut geklappt hat. Weil so ein Nebenschlauch auch, sage ich euch ganz ehrlich, wenn jemand wirklich immer wieder neue Wege anfängt und in der Unzufriedenheit immer denkt, man könnte am Anfang dieses Schöne ausleben. Das schlaucht, ja. Stell dir das mal vor, der muss sich ja immer wieder Gedanken machen. Dieser Mensch muss sich ja immer wieder ins Zeug legen, um einen Menschen auch auf die Seite zu ziehen oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ja anstrengend irgendwann. Weil du kannst ja nicht immer wieder neu anfangen und irgendwann sieht man hier wahrscheinlich wirklich verwest aus. Verlebt, abgelebt, man hat sich nicht um sich selbst kümmern können und hat es nicht verstanden. Eine feste Bindung ist doch vom Vertrauen und vom Gefühl her das Schönste, was man haben kann, weil man vor allen Dingen auch Sicherheit spürt. Aber hier hat man wahrscheinlich gerade momentan oder ist auf dem besten Wege, wenn man so weitermacht und nichts erkennt, alles zu verlieren, ja. Und dann wird man sich fragen, okay, wer ist denn eigentlich noch dabei bei drei der Münzen, der einem zur Seite steht? Gucken wir mal. Ich bin ein Ich. So, wir haben die Steinbock-Energie, der Teufel. Kann gut sein, dass man jetzt hier schon völlig übertrieben hat, ja, in seinem Leben, dass nichts mehr passt, dass nichts mehr eine Einheit ergibt, dass man nicht mal rauskommt, dass man sich zu oft Neuanfänge geleistet hat, zu oft gedreht hat, ja, seine Meinung ständig von heute auf morgen, Mittwoch war es so, Freitag war es so, ständig gedreht, verändert, Süchte könnten hier einspielen, jeglicher Art. Man ist gefangen. Man wird wahrscheinlich auch bestraft, im Sinne von sich selbst wird man bestrafen, weil man nie der Versuchung widerstehen konnte, ja. Man wollte immer mehr, immer übertroppen. Reicht ja nicht, ja. Reicht ja nicht. Du gibst mir und du erwartest auch noch was von mir, obwohl man dich geliebt hat. Und da wird man merken, mit diesem Handeln wird man irgendwann im Teufelskreis sitzen. Und dann spätestens, also wir haben hier eine Steinbockenergie, dann spätestens gute Nacht. Entweder erkennst du jetzt die Warnung und bist so stark und ziehst mit Disziplin durch. Oder, wir gucken mal, was auf den Teufel fällt. Ne. Wird man wahrscheinlich nicht geschneit haben. Wir haben neun der Schwerter. Todweh ist schwer. Ist der höchste Punkt, ja. Bei 10er Schwerter wäre es wenigstens so, dass man sagt, so, oh, was hab ich denn für Scheiße gemacht. Die kam ja irgendwo hier hinten. Man hat damit zu tun, irgendwas aufzuarbeiten. Aber man ist völlig drin, ja. Völlig versackt. Ich glaube, man verteufelt sich sogar selbst für seine Handlungen und Taten. König der Sch... Aua. Oh Mann, ey. Kasse diesen Tisch oder meinen Arm. Ich weiß nicht, was ich kassen soll. Man ist König der Stäbe. Man probiert jetzt wahrscheinlich die letzten Reserven noch hochzuholen mit seinem Charme, was immer gut geklappt hat. Das ist jetzt so die Offensive, die man hier noch ausspielt an ich besitze noch Charme, alles andere ist schon längst zerstört. Mit diesem Charme kann ich punkten, mit diesem Charme werde ich vorwärtskommen. Man ist hier wahrscheinlich schon selbst stur zu sich selber, dass man sich auch gar nichts mehr sagen lässt, ja. Ein König der Stäbe, der steht ja dafür ein, der denkt sich auch so, nö, macht mal ihr, ich mach meins. Ich bleib stur. Dieser Mensch scheint wirklich stur zu bleiben in dem, was man macht, sieht auch nichts ein, bis es dazu kommt, dass man wirklich zusammenkracht, ja. Wir haben hier, ja, zehn der Stäbe, bis man dann wirklich zusammenkracht und merkt, oh, das ist aber ein himmelweiter Unterschied zwischen König und zehn der Stäbe zu tragen. Vielleicht hat man sich auch falsch wahrgenommen im Spiegel, ja, oder dachte sich, man ist wieder 20 statt 70, keine Ahnung. Hier trägt man sehr viel Ballast. Hier könnte man auch sagen, hier trägt man wirklich sehr viel Affären weg. Ich schleppe hier die Weiber oder Männer ab. Das ist eine ganz schöne Last, ja. Da. Man war ziemlich lange standhaft, könnte man sagen. Aber es ist ja irgendwann auch zu viel, zu schwer. Ach so, ich dachte, eine wäre geflippt. Zu viel, zu schwer getragen. Ich sag's ganz leise, ja. Für Männer. Die Eier sind leer, aber die Probleme wurden schwerer. Hier setzt die Gerechtigkeit ein. Die vage Energie. Hier fängt's an. Wo ist denn der Schlitz? Gut, hat sich auch ausgeschlitzt hier überall. Okay, jetzt fängt so die Energie an. Balanciere dein Leben oder es sieht nicht gut für dich aus, ja. Dass überhaupt ein Mensch mit diesem Menschen überhaupt irgendjemals eine Bindung führen könnte, ist wahrscheinlich wirklich schon fast ausgeschlossen. Es sei denn, man dümpelt hier sein Leben irgendwo in der Komfortzone rum, wo alles schon so abgelebt ist, ja. Jeder ist so seinen Standard gewohnt. Da passiert nichts mehr. Es ist alles. Jeder hat seine Aufgabe. Je nachdem, wo dieserjenige ist, könnte man aber stark bezweifeln, dass das passiert, ja. Es könnte sein, dass es für dein Gegenüber hier zu spät ist, zu spät wird, dass man das ausgeglichen bekommt, weil man jahrelang vielleicht nur Scheiße gehandelt hat, ja. Und da haben wir vielleicht das relevante Vaterthema, das gestörte Verhältnis zum Vater, was einen hier als Kindheitstrauma reinkommt oder auch zerstört hat, was einen nicht gerade denken lässt, ja. Dieses Zwei der Schwerter immer wieder an sich selbst zweifeln, kommt wahrscheinlich von einer stark gestörten Vaterfunktion, Vaterfigur, weil man hier sehr viel erlebt hat oder eben den Vater nie erlebt hat, je nachdem, ja. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn es passt, hattet ihr hier einen Menschen, der nur sich selbst erziehen muss, kann, und nur mit sich selbst klar kommt, ja. Ich würde fast sagen, vom Herrscher, mit der Widderenergie, ist das jemand, der ist ein Einzelkämpfer. Das ist ein Mensch, der sieht wirklich schnell rot, wie so typisch Stier in dem Moment, aber es ist ein Widder, ich weiß, aber der sieht einfach in Leidenschaften, die können ja von Wut bis hin zu Leidenschaft lieb sein, man sieht hier zu schnell rot, ja. Man ist sehr temperamentvoll, man kann wahrscheinlich auch seine Launen nicht so wirklich im Griff halten mit dieser Widderenergie. Man ist ein Einzelkämpfer geworden oder wurde auch dazu erzogen. Das heißt, ihr hattet wahrscheinlich nie die Chance, da jemandem irgendwie das Gefühl zu geben oder zu zeigen, dass es zusammen funktioniert. Deswegen ist wahrscheinlich auch dein Anfangswunsch, mach einfach oder ich wünsche mir, dass du irgendwann nur das Beste für dein Herz machst, weil man hier einfach mit dem Herz nicht leben oder funktionieren kann. Ja, und das wird auch so kommen, ja. Also, momentan zieht man sich hier zurück, wird auch eventuell niemals mehr irgendwie angenommen werden, weil man sich einfach einmauert, weil man sich zurückdreht, weil man anfängt, sich selbst zu beleidigen, meinte ich eigentlich nicht, zu bemitleiden, aber beleidigen für die Taten kann auch sein, dass man sich wirklich schämt, sich zu Grund und Boden schämt, womit man natürlich nicht mit einem Plakat irgendwo laufen geht, um es dir mitzuteilen, aber hier liegt ein Mensch, der wird irgendwann sehr stark bereuen, ja, oder bereut bis zu einem gewissen Punkt hier eine Sache, weil man sich vielleicht wehrt, weil hier alles zurückkommt mit dem Rat des Schicksals und man wird sich vielleicht bewusst, mein Gott, hätte ich mal nicht diese volle Ast der Münzen genommen, sondern hätte mal gesehen, was du alles hinter dem Rücken sogar für mich getan hast, ja, du musst eine Person sein, die deinem Gegenüber hier unheimlich stark den Rücken gehalten hat, den Rücken gestärkt hat, na, oh, die liegt aber echt auf der Kippe, die dreht sich ja auf der Kante und für euch, ist es wahrscheinlich nicht verloren, dass ihr diesen Prozess irgendwann nochmal wiederholt, es gibt ja Sachen, wo ihr euch sagt, wenn die unter den Tisch fallen, sage ich ja immer ganz gerne, da hast du keinen Bock mehr drauf, das machst du nie wieder, hier ist es so, kipp, kipp, ja, das kommt drauf an, ist so deine Karte, ah, okay, es kommt drauf an, wie energisch, wie diskussionsfreudig, wie konfliktscheu, man hier in deinem Leben kommt, ja, also ich denke auch ganz stark, du wirst nicht mehr dafür sorgen, dass die Konflikte unbedingt von deiner Seite gelöst werden, du hättest mit diesen, eventuell vielleicht, wenn es passt, vielleicht auch nicht, irgendwann, du bist ein Mensch, der steht immer dafür, allen Sachen zu besprechen oder die Welt in Ordnung zu kriegen, aber du bist auch an einem Punkt, wo du schneller reagieren würdest, in der nächsten Beziehung oder für dich selbst generell mit jedem Menschen, ob auf Arbeit oder in deinem Freundesfeld, genau, in deinem Umfeld, mit Freunden oder wie auch immer, liegst du schon sehr gut an der Kante und zu sagen, auf diesen Scheiß lasse ich mich nie wieder ein, wenn es wirklich nur noch Ärger gibt und gerangel, dann wirst du nicht mehr dafür sorgen, dass du alles gibst und machst und tust, sondern erwartest auch von den Menschen in der Zukunft, in deinem Leben, dass sie darauf bedacht sind, dass es nicht zu so einem Vorfällen kommt, ja, dass man sich hier halb ersticht, weil irgendjemand eine andere Meinung hat, genau, und das bleibt auch so und das wird sich wahrscheinlich wirklich so ändern, dass man dir mit der Sonne wirklich die Wahrheit überträgt, übermittelt und du viel schneller entscheiden kannst und die Power und die Größe des Ausmaßes extrem schnell merkst, ja, weil wir haben hier die Powerkarte mit acht der Stäbe und Sonne ist die Klarheit, ja, du weißt, langsam wirst du diesen Prozess nie wieder dulden oder auch in die Länge gezogen, du wirst anhand von einer guten Menschenkenntnis oder auch durch deine Erfahrung mittlerweile bewerten können, da ist es sogar gut, dieses Bewerten, ist das zu viel oder ist das berechtigt, so ein Gerangel zum Beispiel, ja, du wirst viel schneller diese Power in diesem Ganzen erkennen, um zu sagen, nee, da bin ich raus, ja, die Wahrheit für dich ist, du gibst dich nicht mehr mit Menschen ab, die hier wirklich nur noch für Ärger sorgen, für 80% Ärger und 20% mal Ruhe, weil sie nicht da sind, na danke, in den 20% Ruhe, weil du in dem Moment alleine bist, ja, ohne deinen Partner, wir legen mal auf die Sonne für euch, die Stabilität kommt rein, seitdem du ohne diesen Menschen bist, hast du Stabilität wieder gefunden, ja, vielleicht war die auch bei dir schon komplett weggebrochen, die liegt auf meinem Schoß übrigens, ja, du bist dir bewusst, du hast zwar auch Schattenseiten, aber es sind nicht die Schatten, die du dort verarbeiten musstest, für die du zuständig warst, sondern dir ist bewusst geworden, es war wahrscheinlich ein großes Sicherheitsthema von dir selbst, das Gefühl, ich will doch einfach nur Sicherheit für mein Handeln, ja, gib mir einfach nur Sicherheit, dass du an meiner Seite bleibst, für mein Geben, ähm, du hast auch da zu viel gegeben, weil das wäre irgendwann auch weggeknickt, ja, aber du hast da nicht mal Sicherheit bekommen, für dein liebevolles Handeln, für deine, für deine Mühe, für deinen Einsatz, für deinen Lohn. Mittlerweile erkennst du hier deine Schwachstellen im Schattenthema der Hohen Priesterin, ähm, dir sind viele Sachen bewusst, aber dir waren auch vor dieser Verbindung sehr viele Sachen noch unbewusst, ja, dass du gibst, um eine Sicherheit zu bekommen. Ich will nicht sagen erkaufen, aber bei vielen wird es wahrscheinlich zutreffen, dass du hier alles gemacht hast, um die Liebe zu tragen, um Stabilität reinzubekommen, um irgendwie zu erkaufen, ja, oder irgendwie Sachen gemacht, um diese Sicherheit zu bekommen, zu fühlen, zu halten, ja, dieser Mensch muss doch sehen, dass ich alles für den mache. Hm, ja, und für dich kann ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch, du bekommst deine Ruhe, ja, du musst lernen Ruhe zu bekommen. Es wird komisch sein, aber du musst hier einfach, äh, akzeptieren, dass diese Unruhe dein Eiterungsprozess war, das, was sich am Leben gehalten hat, von dir aus, weil du irgendwas auch am Verarbeiten hattest, diesen Stress, ja, diese Stressbewältigung, die unbewusst bei dir in den Tiefen liegt, du brauchtest irgendwo diese Unruhe, um vielleicht auch mal ein Erfolgserlebnis in dieser Beziehung zu haben, es geschafft zu haben mit diesen Menschen, ist ja schon eine schwierige Aufgabe an sich selbst gewesen, aber du lernst hier, wo hast du dich verlaufen, ja, was wird dir hier bewusst, wo hast du dich verlaufen, dass du keine ruhige Beziehung hier führen konntest und dass es nie jemals möglich gewesen wäre mit diesen Menschen, der hier gerade wirklich ständig immer wieder seine eigenen Wege wiederholt, ja, Hauptsache ablenken, 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 das ist zu bezweifeln, überprüfe deine Überlegungen nochmal auf ihre Logik hin, irgendwas stimmt da nicht so ganz, ja, vielleicht bist du ja darauf gekommen, ja, überlege nochmal, warum warst du eigentlich mit diesen Menschen zusammen, warum sehnst du dich nach einem Menschen, der nur noch Stress in dir verursacht hat, ist ja scheißegal, wodurch, ja, ob es für einen anderen schlimm ist oder nicht, dieser Mensch hat in dir nur noch für Stress gesorgt und du brauchst jetzt unbedingt diese Ruhe, auch gerade mit der Sonne wieder gesundheitlich, pass da auf, dass ihr dort nicht eingeht, ja, wie nenne ich denn diese Legung heute, traumatisierter Teufel oder so, traumatisierter Teufelskreis, keine Ahnung, muss ich mal gucken, was reinpasst, wir gehen mal noch hier mit einer Botschaft, ja, heute ist die Speicherkarte, ich gucke gerade, lieber doppelt, weil ich die Zahlen von hier nicht so richtig erkenne, wir haben noch, was würdest du dir gerne wünschen, sich offen zeigen können wieder, arbeite an den Themen, sich offen zeigen und der Partner ist dein Spiegel, letzten Endes, ja, und wenn du für dein Handeln nur noch einen Teller Knete bekommst, ja, als Resonanz oder als Dankeschön, dann kannst du auch sagen, okay, nee, hast du einfach keinen Bock mehr aufs Spielen, also, wenn dir danach ist zu kneten, dann macht das irgendwie körperlich aus, aber, dass die Birne ein Tellerknete wird, achte immer darauf, wie der Partner, der Nächste, das Aktuelle reagiert auf dich, ja, die Reaktionen sind oftmals dein Spiegel, empfindest du da Ruhe oder empfindest du da irgendwie ein Unverständnis, ja, warum reagiert man da auf einmal so auf deins, umgekehrt ist es natürlich genauso, aber das ist jetzt erstmal für dich, das Kommende, was du vielleicht beachten solltest für die nächsten Beziehungen nach deiner Heilung, ja, die Heilung ist hier ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, Dankeschön, danke, dass ihr die Werbung akzeptiert, das hält mich hier auf diesem Kanal, bringt mir immer ein bisschen ein am Ende des Monats oder, ja, fast am Ende des Monats, danke für die Likes, danke für die Kommentare und bleibt schön gesund, wünsche jedem natürlich, dass ihr etwas ganz, ganz Liebes findet, was euch wertschätzt, jedem Einzelnen und je nachdem, ob es jetzt Familie, Freundschaft, Liebe betreffend war, dass man eines Tages vielleicht wirklich, ich mutmaß sehe schon die ganze Zeit, ja, dass man eines Tages wahrscheinlich dir eine Mitteilung gibt, du eine Mitteilung bekommen wirst, wie es den Menschen geht, es geht nicht darum, dass man hier wieder aufeinander trifft und Highlife macht, da solltest du schon längst geheilt sein, aber du wirst irgendwann merken, dass dein Weg aus dieser Beziehung der beste war, den du jemals hättest machen können oder der auch verursacht wurde, obwohl du so stark gelitten hast, aber es war ja, weil es gegen deine Entscheidung oftmals war, ja, manche entscheiden sich für die Trennung und trotzdem tut es ja weh, aber irgendwann, glaube ich, hier in der Erlegung, wirst du feststellen und auch sehr schnell merken, dass dieser Mensch eine Richtung gegangen ist, wo du noch sagen wirst, oh mein Gott, bin ich froh, dass ich heute nicht mehr an der Seite meines Gegenübers bin, ob das nun der äußere Verfall ist oder dass man sein ganzes Leben gegen die Wand gefahren hat oder dass man sieht, der hat ja gar keinen Spaß mehr, dieser Mensch, ist ja nicht deins, ja, da wolltest du nicht hin mit diesem Geben, ja, du wolltest erschaffen, du wolltest erhalten, du wolltest die Beziehung erhalten, aufrecht erhalten, wolltest aber auch Resonanz erhalten, ja, und in diesem ganzen Zusammenspiel haut hier irgendwas nicht hin, ihr Lieben, wie so oft, ja, das ist ja jetzt auch kein Zauber oder Hokuspokus, macht's gut, bleibt schön gesund und danke fürs Einschalten, tschüssi.